Die Zukunft von Jamal Musiala ist momentan eine der allerwichtigsten Sachen beim FC Bayern München. Wird er den Feind vielleicht nach Ablauf seines Vertrages verlassen oder wird der Mann einen riesigen Rekordvertrag beim deutschen Rekordmeister unterschreiben und mit ihm und möglicherweise, ihr habt es schon mal gesehen, mit dem Xavi Simmonds oder Florian Wirtz, wird eine neue Ära an Offensivspielern gebaut, eine neue Ära beim FC Bayern München. Allerdings dazu bekommst du in diesem Video. Ich hoffe, ihr kriegt keinen Herzinfarkt, nachdem ihr jetzt im Titel sowas gelesen habt wie Jamal Musiala im Sommer zu Barcelona. Denn die spanische Zeitung El Nacional hat dieses Gerücht in Umlauf gebracht. Ihr wisst es ja, ich lerne aktuell ein bisschen Französisch, aber für Spanisch reicht es nicht. Dennoch wollte ich euch nur einmal hier die Quelle zeigen, dass das alles Hand und Fuß hat. In dieser Quelle soll es nämlich heißen, dass Jamal Musiala das absolute Top-Transferziel Nummer 1 für den FC Barcelona im kommenden Sommer sein soll. Das berichtet nun eben diese Zeitung, Musiala sei das Hauptziel. Laut diesem Bericht soll der spanische, der Barca-Präsident, Joan Laporta, eben absolute Prioritäten darauf gelegt haben, Jamal Musiala unter Vertrag zu nehmen. Er möchte noch ein oder zwei namenhafte Spieler unter Vertrag nehmen. Nico Williams war ja ein Riesenziel für Barcelona. Das hat dann nicht geklappt. Da waren ja im Endeffekt Top-Transfer in diesem Sommer eben Dani Olmo von RB Leipzig. Auch er hat, glaube ich, satte 50 Millionen Euro gekostet. Ich kann es mal kurz natürlich nachgucken. Dani Olmo in diesem Sommer zum FC Barcelona gewechselt. Marktwert liegt dabei, auch zum FC Barcelona gewechselt, Marktwert 60 Millionen Ablöse. Ihr seht es hier unten, die waren 55 Millionen Euro für Dani Olmo. War aber eben nicht der namenhafte Spieler, den sich der Präsident bewünscht. Er möchte nun scheinbar Jamal Musiala haben. Wie auch immer das für den FC Barcelona möglich sein sollte zu stemmen, ist natürlich ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Wir gehen gleich mal auf den Markt und die vielen Statistiken von Jamal Musiala ein. Eine einzige Sache, die das Ganze vielleicht so ein bisschen glaubhaft machen könnte, ich persönlich an der Stelle schon mal gesagt, glaube nämlich nicht an diese Info, aber was das Ganze so ein kleines bisschen glaubhaft machen könnte, ist natürlich neuer Trainer Hansi Flick beim FC Barcelona. Er hat Jamal Musiala erstmals eben in den Profibereich geholt. Unter ihm als Trainer hat Jamal Musiala seine ersten Schritte beim FC Bayern München gemacht. Natürlich auch bei der Nationalmannschaft, da war es zwar erst Juri Löw, aber auch danach hat Jamal Musiala immer von Hansi Flick das Vertrauen bekommen und da viel gespielt. Deswegen hat er jetzt ja mit seinen 21 Jahren schon 36 Länderspiele absolviert. Das ist richtig, richtig stark. Also der FC Barcelona will sich absolut ins Zeug legen, um Jamal Musiala zu holen. Laut eben El Nacional, laut dieser Zeitung scheinbar auch Pep Guardiola und Manchester City. Die haben natürlich auch nochmal eher die finanziellen Möglichkeiten, um eben so einen Mann zu verpflichten. Jamal Musiala, Marktwert 130 Millionen Euro, wurde nach der Europameisterschaft auch noch einmal angepasst. Ihr seht es hier, 21 Jahre jung, absolut krass. Offensives Mittelfeld, 36 Länderspiele, 6 Tore. Dieses Jahr in der Bundesliga, diese Saison bisher, zwei Spieler ein Tor geschossen, beide Spieler von Anfang an gemacht, einmal ausgewechselt worden und an einem von fünf Bayern-Toren beteiligt. Andererseits einmal im Pokal gespielt, da glaube ich so die ersten 64 Minuten ungefähr gemacht. Insgesamt sehen wir hier stetiger Anstieg im Marktwert für Jamal Musiala, 80, 100, 110 und das Ganze gestiegen. Musiala, ich sage es euch immer noch, der Mann ist underrated. Wenn man das mal vergleicht, zum Beispiel den Jude Bellingham, was der für einen Marktwert hat, dass der auf einmal auf 180 Millionen gestiegen ist. Und wenn man dann mal sich anguckt, was der zum Beispiel in den großen Spielen in dieser Champions-League-Saison letztes Jahr gezahlt hat, zum Beispiel unter anderem zweimal gegen Bayern oder bei der Europameisterschaft, dann würde ich auch nochmal behaupten, ist das eine absolute Frechheit, dass der Mann nochmal 50 Millionen Euro mehr wert ist, als eben unser Jamal Musiala. Und hier ist das große Fragezeichen. Jamal Musialas Vertrag läuft nur noch zwei Jahre, bis 2026. Dementsprechend möchte man bis zum nächsten Sommer eine Entscheidung haben, und zwar die Entscheidung pro Bayern, dass er beim FC Bayern München bleibt und dass er seine Zukunft in Bayern verbringt. Wie man das schaffen möchte, ist hier mit einem Rekordgehalt. Das berichtet zum Beispiel die Bild. Rekordgehalt für Musiala. Er soll der neue Müller werden. Geschrieben von Nico Linder, der sitzt immer in den Pressekonferenzen. Und Michael Schröer, den habe ich übrigens die Tage gesehen beim Training der Bayern-Jungs. Der Vertrag von Jamal Musiala beim FC Bayern läuft 2026 aus. Die Münchner möchten aber unbedingt mit dem Offensivjuwel verlängern. Ganz klar. Herbert Heiner mit einer klaren Ansage. Und zwar hat der Präsident des FC Bayern den Poker um eine Verlängerung des Vertrages von Jamal Musiala offiziell eröffnet. Am vergangenen Montag sagte er der TZ, wir wollen alles versuchen, um Jamal so langfristig wie möglich zu binden. Und die Frage ist natürlich, was ist mit alles gemeint? Und zwar soll mit alles wohl ein absolutes Top-Gehalt gemeint sein? Ihr wisst es ja, es passiert immer häufiger, dass Spieler jetzt echt extrem, extrem lange Verträge bei Vereinen unterschreiben. Ich glaube, das letzte Beispiel, das kürzeste, was wir hatten, war Noni Madueke, Stürmer von Chelsea, hat einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Sogar noch mit einer zu Einjahresoption. Das gleiche gilt für Cole Palmer. Das kann ich an der Stelle eben auch einmal zeigen. Er hat einen ziemlich ähnlichen Vertrag unterschrieben, nur ich glaube sogar noch länger, bis 2033. Cole Palmer hat einen Neunjahresvertrag beim FC Chelsea unterschrieben. Dementsprechend ist es eine kleine Neuheit beim Fußball. Das ist jetzt nicht mehr ein komplett unheard of, also keine komplett neue Sache. Da Spieler teilweise extrem, extrem lange Verträge unterschreiben. Jamal Mosella soll beim FC Bayern München dann wohl ein Top-Gehalt winken. Wir sehen hier, aktuell ist Top-Torjäger Harry Kane mit 31 Jahren auch Top-Verdiener mit einem geschätzten Gehalt von 25 Millionen Euro pro Jahr. Spitzenverdiener bei den Münchern. Noch nie hat ein Spieler so viel kassiert. Überbieten die Bayern diese Summe nun für Mosella, der aktuell nur rund 9 Millionen Euro verdienen soll. Es wäre ein Zeichen großmöglicher Wertschätzung für ihre Nummer 42, nachdem die Klubbosse zuletzt sehr darauf geachtet haben, die Gehaltsstruktur innerhalb der Mannschaft durch Verkäufe wie den von Delirt oder Verlängerungsangebote im Fall von Davis zu senken. Das ist also der Stand der Dinge. Warum sollte der FC Bayern München Jamal Mosella verlängern? Verleihen auf keinen Fall verlängern, ist glaube ich absolut klar. Es ist ein Top-Spieler. Der Spieler mit dem größten Potenzial in unserem Kader. Er ist der wertvollste Spieler umsonst. Nicht umsonst eben der Bundesliga zusammen mit Florian Wirz und auch der wertvollste Spieler beim FC Bayern München. Wir haben hier gerade natürlich hier gegen Ungarn im vorletzten Länderspiel geglänzt mit seinen drei Vorlagen und einem Tor, was er da erzielt hat. Und ansonsten auch hier bei der EM sind da immer wieder eine 8,2, hier eine 7,9 dabei gewesen. Und dann auch hier in der Saison sehen wir hier gute Bewertung, gute Bewertung. Gegen Arsenal stark, gegen Real Madrid stark. Das Rückspiel war eher schwächer gegen Madrid. Auch dann am Ende irgendwann angeschlagen gewesen. Hier gegen Darmstadt. Zwei Tore, eine Vorlage, eine sehr gute Bewertung. Also hier, gerade da in der Liga in einer sehr schwierigen Phase von Thomas Tuchel. Das war eine sehr schwierige Phase. Immer wieder einer der wenigen Lichtblicke gewesen. Hier Niederlage gegen Bochum, Niederlage gegen Lazio. Trotzdem, die Leistungen haben gestimmt. Dementsprechend muss man Jamal Muzela auf jeden Fall verlängern. Ich glaube, das sind keine zwei Meinungen. Das ist, glaube ich, jeder Meinung. Schreibt es gerne in die Kommentare. Plättigold hat das Ganze auch nochmal gepostet. Und zwar Herbert Heiner. Er möchte den im Juni 26 auslaufenden Vertrag von Muzela verlängern. Viele sagen, dass er eines Tages der beste Spieler der Welt sein wird. Insofern werden wir alles daran setzen, ihn langfristig beim FC Bayern zu halten. Meiner Meinung nach könnte er problemlos der nächste Thomas Müller werden. Und die nächsten 20 Jahre hier spielen. Ich bin sehr optimistisch, dass wir ihn noch lange beim FC Bayern sehen werden. Und das ist natürlich ein sehr geiler Satz, den wir bisher noch nicht hatten. Ich bin sehr optimistisch, dass wir ihn noch lange beim FC Bayern sehen werden. Also das ist eine absolute Top-Information, absolutes Top-Ding. Jetzt ist die Frage, wer könnte noch dazukommen? Wir haben natürlich immer wieder die Gerüchte, die aufkommen rund um Xavi Simmonds, rund um Florian Wirtz. In einem Interview sagte Xavi Simmonds kürzlich, er hat sich in diesem Sommer für RB Leipzig und dementsprechend natürlich auch gegen den FC Bayern entschieden. Obwohl es ja teilweise wirklich tägliche Anrufe von Max Eberl in Richtung von Xavi Simmonds gegeben haben soll. Aber er hat sich für RB Leipzig, für den Verbleib bei den Bullen entschieden, weil er sich weiterentwickeln möchte. Was nach diesem Jahr passiert, oder beziehungsweise was nach RB Leipzig passiert, das hat er in diesem Interview gesagt. Nach RB Leipzig wird dann der nächste Schritt folgen. Dementsprechend ist die Tür für den Xavi Simmonds-Wechsel noch auf gar keinen Fall zu. Aber auch das gibt einige Hindernisse. Erstmal 80 Millionen Euro Marktwert. Xavi Simmonds nicht mal den Marktwert-Upgrade bekommen nach der EM. Was ich sehr spannend finde. Also da muss gefühlt, eigentlich muss da was gehen. Hat jetzt bisher beide Spiele in der Liga von Anfang an bestritten. Ohne Tor, ohne Vorlage. Das erste Spiel von RB Leipzig allerdings auch sehr, sehr schwierig gewesen. Da nur 1-0 gewonnen. Dann aber natürlich auch hier, wenn ich hier einmal zurück scrollen kann. Okay, das kann ich nicht. Okay, ich dachte ich könnte es dann, dass der Sieg gegen Bayer Leverkusen eben im letzten Spiel 80 Millionen Euro Marktwert, seitdem er bei RB Leipzig ist, er oder er noch mal gestiegen. Von Paris Saint-Germain eben ausgeliehen. PSG wollte ihn jetzt ja in diesem Sommer noch nicht verkaufen endgültig, weil PSV Eindhoven dann eine Weiterverkaufsklausel gehabt hätte, die noch aktiv gewesen wäre. Dementsprechend, weil sie gewusst hätten, dass der Mann für 100, 110, 115 Millionen und vielleicht sogar 120 Millionen gehen würde, weil er eben auch erst 21 Jahre alt ist. Gleicher Jahrgang wie Wirz und Musiala wäre der natürlich sehr, sehr teuer gewesen. Aber im nächsten Sommer, und da können wir uns ziemlich, ziemlich sicher sein, wird der Mann weg sein von Paris Saint-Germain und von RB Leipzig. Darum nicht, dass Leipzig den Spieler, der sich tendenziell laut der vorherigen Entwicklung, wir sehen es hier, der keinen Grund hat, irgendwie da langsamer zu werden, sondern weiter seinen Marktwert zu steigern, der wird potenziell noch teurer werden, noch mehr weggehen. Also ein sehr, sehr teurer Transfer, für den man über 100 Millionen Euro auf den Tisch legen müsste. Man ist beim FC Bayern München allerdings wohl weiterhin an ihm interessiert. Außerdem interessiert ist man an Florian Richard Wirz. Flo Wirz, absoluter Top-Spieler, auch er, absolutes Ziel für den FC Bayern München in der Bundesliga bisher. Zwei Spiele, zwei Tore und eine Vorlage, beide Spiele über 90 Minuten gespielt. Dazu noch im Pokal nur eingewechselt worden und im Supercup auch da nur von der Bank gekommen. Florian Wirz, 130 Millionen Euro Marktwert zusammen mit Jamal Mosella. Ich habe es eben gesagt, der teuerste Spieler der Bundesliga seit 2020 mit 17 Jahren zu den Profis gekommen und dann ein kontinuierlicher Marktwertanstieg. Besonders explodiert natürlich auch nochmal hier, das war vor der letzten Saison und dann ging es hier nochmal richtig nach oben von 85 Millionen Euro zum Startpunkt eben auf diese 130 Millionen Euro, die wir jetzt nach der Europameisterschaft haben. Florian Wirz würde sicherlich um die 150 Millionen Euro kosten. Die Bild-Zeitung hat ebenfalls vor ein paar Tagen enthüllt, dass Uli Hoeneß seit fünf Jahren oder der FC Bayern wohl seit fünf Jahren versucht, Florian Wirz zu begeistern und ihn zum FC Bayern München zu holen, was natürlich auch wieder sehr, sehr cool ist, mit immer wieder Essen gehen bei Uli Hoeneß, mit Uli Hoeneß, eingeladen worden von Uli Hoeneß. Aber da kam jetzt bisher noch nichts zustande. Aber wir wissen natürlich alle, Florian Wirz und Jamal Mosella ein absolutes Traum-Duo. Was die beiden hier beim DFB-Team auf den Platz zaubern, ist Weltklasse jedes Mal, wenn die beiden spielen und ihr seht es hier sofort in der Instagram-Story. Zack, sehen wir einmal diesen Beitrag bei Jamal Mosella, wieder das Bild von den beiden und dann suchen wir nochmal kurz das Profil auch von Florian Wirz. Denn, Spoiler, ich wollte es euch nur kurz zeigen, der Mann hat nämlich tatsächlich genau das gleiche Bild auch in seiner Instagram-Story gepostet. Florian Wirz, wenn wir hier, zack, und seine Insta-Story angucken, da, das ist genau das gleiche Bild mit Jamal Mosella gepostet. Und dann, ja gut, hier noch ein paar andere Bilder, die sind jetzt nicht so relevant. Aber es ist kein Geheimnis, es ist kein Geheimnis, dass die beiden Männer sich gut verstehen, ne. Siehe hier, das zweitneueste Bild bei Flo. Nation Stick, here we go. Und dann eben das erste Bild direkt mit Jamal Mosella zusammen gepostet. Ne, das ist nicht irgendein Bild, sondern das ist auch bewusst gepostet, weil sich die beiden Männer so gut verstehen. Hier hat auch Alex Pavlovich kommentiert. Als Kollege. Es gibt ja generell einige Spieler beim FC Bayern München, die eben auch beim DFB-Team spielen, die potenziell natürlich Florian Wirz auch überzeugen könnten, zu sagen, jo, der nächste Schritt für mich, das ist der Schritt zum FC Bayern München von Bayern 0 für Leverkusen. Das würde allerdings unfassbar teuer werden. Schätzungen sagen, dass der FC Bayern ein Paket für Florian Wirz und Vertragsverlegung von Mosella um die 300 Millionen Euro komplett ist, weil man natürlich eben bestimmt 150 Millionen Euro für Wirz zahlen muss. Dann gibt es ein fettes, fettes Gehalt für Wirz. 15 Millionen aufwärts, wahrscheinlich sogar in Richtung 20 Millionen. Und Jamal Mosella, der ja potenziell das Rekordgehalt beim FC Bayern unterschreiben könnte. Dementsprechend ist es da sehr, 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 sehr spannend, Leute, wie es da weitergeht. Schreibt mir in die Kommentare, wen ihr lieber verpflichten würdet. Ist es eine Xavi Simmonds? Ist es eine Flo? Wie jetzt sagt ihr, wir brauchen gar keinen von Bayern. Wir haben Jamal Mosella, wir haben einen Michael Olysee, wir haben Gnabry, wir haben Coman noch, wir haben Sané, wir haben viele Flügelspieler, Eran, Kunda, Tel, junge Leute auch. Schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und seid natürlich Samstagabend im Stream dabei. Bayern gegen Holstein. Okay, lasst ein Like da, aktiviert die Benachrichtigung, um das hier auf gar keinen Fall zu verpassen, Freunde. Würde mich riesig freuen, wenn ihr das abcheckt. Haut rein. Ciao, ciao.